Ich habe die von dem Autogramm schon weggeholt und der hat in alle Richtungen geguckt mit seinen zwei Pupillen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die sind schon eher geschmeidig. Das ist halt Berlin. Jetzt erzähl mal, was wir hier haben. Weiß ich nicht, muss ich einen Zettel sehen? Ich wüsste nicht mehr. Hast du den noch mehr? Du musst einen Zettel sehen. Da war doch irgendein Zettel bei. Ich habe dir das auch noch kurz geöffnet. Nein, ist nichts. Der Bias Giersberg steht drauf. Also ich habe nichts davon gehört. Nein, nur ein Aufkleberlauch noch hier. Wo ist der? Der ist auf der Heizung. Uppenstocker. Uppenstocker, Kilian Edels. Ich bin gespannt. Erstes Video nach der Sommerpause. Nehmen wir es schon auf? Ich nehme die ganze Zeit schon auf, natürlich. Du bist ein Typ. Das ganze Gelag war es mit drauf. Kill ihr Idels. Hoppy German Pilsner. Na, ich habe es richtig drauf. Wobei ich jetzt in einem Internetvideo gelernt habe, dass es gar nicht so gut ist, wenn du das Bier so schräg einschenkst, dass du wenig Schaumbildung hast. Weil... Ich muss hier kurz rangehen. Ja, bitte? Okay. Ja, eigentlich wollte man jetzt was anderes machen, aber die terminlichen familiären Dringlichkeiten zwingen mich zum Abbruch dieses Arbeitsaltars. Genau, wir machen jetzt ein komplett aus der kalten, aus der sehr kalten, ein Fazit, ein Recap, ein Ausblick, eine Danksagungsorgie schlechtermaßen, was dieses Jahr bei uns quasi im Hinblick auf Partisan, nach Partisan, auch nicht nur Partisan betreffend, sondern auch uns beide betreffend, so alles so passiert ist. Das ist ganz schön krass gewesen und so. Wir trinken Kill Your Idols. Ist ja auch immer so ein bisschen eine Kondisseursendung hier. Ja, ist es. Und wir können schon mal ganz, ganz klar und festhalten hier, alkoholtechnisch wird es in den nächsten Monaten heiß hergehen. Ja, da gibt es hier so einiges. Gab ja ansonsten immer nichts. Und das haben wir anscheinend so gut zum Ausdruck gebracht, dass wir nichts haben und nichts bekommen und uns generell immer schlecht geht, dass wir Care Packages... Also hier drüben steht, was er sagen will, ist, da drüben steht ungefähr ein Kubikmeter oder für die Forstprofis unter euch, da drüben steht ein Raummeter an Getränken. Um das mal kurz, äh, um das mal kurz akustisch zu verdeutlichen. Naja, so ähnlich. Ja. Äh, alles. Also vielen lieben Dank dafür, was wir natürlich versäumt haben, ist da irgendwie Zettel drauf zu machen, von wem da was ist. Das werden wir dann versuchen, irgendwie zuzuordnen, aber das scheitert schon heute daran. Oder wenn ihr eure Getränke wiedererkennt, meldet euch. Ja, ich kann. Ähm, was in den nächsten... Ich würde eher sagen, dass es sich hier durchaus um einen Zeitraum von gut sechs Monaten handeln kann, äh, in dem wir das versuchen durchzutrinken, wie wir... Wir stellen uns den Aufgaben, die sich uns, äh, hier darbieten. Ähm, wir fangen an mit Kill Your Idols. Ähm, von Uppenstoker und, äh, Tobias Name steht auf dem Paket drauf, aber er weiß nicht mehr, von wem es kam. Ich bin der Meinung, da war ein kleiner Zettel dabei, ähm, das kam bei uns auch im Büro an, kurz vorm Partisan. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, nicht mehr, wo der Zettel ist, oder ob da einer war, und von wem das ist. Ähm, das lässt sich gut an. Das Eibenstöck, Alter. Das ist doch ne, das ist doch ne Sandalenmarke. Also es hat ein mega geiles, äh, Cover. Cover. Es hat ein mega geiles Cover, ist schon mal ansprechend, ansprechend ausgearbeitet. Äh, äh, der Opener ist auch cool. Äh, leine, 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 leine. Ähm, geht gut runter. Mir könnte es noch ne kleine Spur härter sein, ist aber in Ordnung. Ist ein Sommerbier, das kannst du auch mal während der Autofahrt nach Rostock trinken. Ähm, vielen lieben Dank dafür, unbekannterweise. Lecker. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, und ja, da stehen wir dir. Also die erste Sendung ist schon völlig konzeptionslos. Das war eine der Rückmeldungen, die wir im Laufe der letzten Monate auch bekommen haben, dass das tatsächlicherweise, ähm, sehr positiv aufgenommen wird von außen, dass wir, äh, nicht wirken wie ein durchgescriptetes, durchgecastetes Format, das, ähm, ähm, ja, über ausgearbeitet und technisch versiert das Ganze, äh, darbietet. Das war vielleicht gar nicht immer so schlimm, ähm, ähm, gewollt, aber es ist cool, dass ihr das auch, ähm, positiv seht, denn... Es ist gut, dass ihr unseren Alkoholismus supportet und die damit einhergehende Stuttrigkeit in sämtlichen Belangen, die dieses Videomaterial hier betreffen, von keine Ahnung, was Technik ist, über keine Ahnung, wie man so eine Sendung aufbaut, über einen fachmännischen Schnitt bis dann hin zur Ausstrahlung und selbst da, oder das letzte Ding hier mit dem Leo von Space Chaser, das hat schon ausversehene Premiere, ich hab gedacht, warum läuft denn das nicht? Und dann guck ich rein und hab's einen Tag zu spät eingestellt. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Kanal. Ja, naja, wir haben's dann ja noch hingekriegt, U-Train gewinnt, auch schön. Ja, also wir werden auch weiter hin mit, mit, äh, technischen Diskrepanzen und ansonsten vielleicht auch der eine oder andere Fremdschämen-Moment da draußen. Glänzen. Das kriegen wir hin. Das wird drinbleiben. Und, naja, wer die Videonummer gesehen hat mit dem Herrn Gorminister und mit Kunzens, Margot von Rottenroll-Rex, ähm, der wird ja nicht umhingekommen sein zu bemerken, dass Tobias Stimme am Samstag des Partisanes etwas angeschlagen war und zwar angeschlagener als sonst. Ähm, was hab ich mir sagen lassen, gerüchteweise darauf zurückzuführen ist, dass er das ein oder andere Gespräch extra am Mörd führen musste. Mörd, Mörd. War das denn so? Am, am, am Stein? Na, natürlich war das so. Ähm, ich weiß nicht, ob man da Musste sagen muss, ähm, aber, aber... Da kannst du ja nicht flüchten. Das ist ja immer so das grausame Schicksal des Mördschers. Da muss ich alles anhören. Da kann ich weg. Da ist gebunden ja alles. Und wo ist überhaupt? Erik war so ein bisschen, war so ein bisschen der Leitfaden. Aber, ey, das ist total cool. So, ich war, ich bin nicht so der Typ, der, also ich hab keine Angst vor Smalltalks und ich freu mich über alles. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass das Leute da draußen teilweise auch so cool aufnehmen und das offensichtlich auch so viel bedeutet. Und, äh, das macht das Ganze natürlich umso cooler. Vielleicht auch ein bisschen, ähm, verängstigt mich das. Aber, ey, das ist, wie es ist. Lass uns was so sagen. Es kamen irgendwie mehrere Leute, die mir das Gefühl vermittelt haben, ihr müsst unbedingt weitermachen und hört nicht auf damit. Ich wüsste gar nicht, wir haben doch gar nicht den, den, äh, den Gedanken irgendwie, wir haben es nicht versucht irgendwie darzustellen, als ob wir weitermachen oder nicht. Wir sind sowieso hier. Wir haben nie beabsichtigt, hier weiterzumachen. Wenn wir das abbrechen, dann machen wir das ohne Vorankündigung. Immer so, zack, das war's. Dann trinken wir halt ohne Kamera weiter. Aber, wir machen, wir machen weiter. Wir müssen, wir müssen intensiv nachdenken, was für coole Themen wir haben. Wir haben ein paar Ideen. Das Ding ist ja, also ich, wie gesagt, Tobi, das arme Schwein könnt ihr ja dort immer abgreifen Wenn ihr euer Seelenheil irgendwo loswerden wollt oder sucht, dann kriegt ihr das natürlich bei Tobias Giersberg Am Katschestand geboten Bei mir wird es, und das tat mir dann schon ein bisschen leid, weil du das dann ja immer wieder gesagt hast Dass du immer wieder mit dieser Phrase da konfrontiert wirst Bei mir ist es ja nicht ganz so einfach, weil ich bei dem Festival sehr viel hinter den Kulissen da rumschieße Und versuche, zusammen mit ein paar anderen Leuten am Ende alle so gerade zu biegen Dass du besucherseitig sagst, ey, war ein cooles Open Air, alle Bands waren in time Irgendwie, keiner musste einen Slot tauschen, es war so wie es im Heft stande Und klar, ich meine, hast du mal irgendwie einen scheiß Sound und da hast du Wind Und da hat der Lichtmann anscheinend irgendwie ein Kümmerling zu viel gesoffen Weil er ein bisschen neben der Spur war Aber grundsätzlich bin ich ja halt nicht irgendwie so krass stationär vor Ort Aber, das fand ich dann schon, auch gelinde gesagt, beängstigend Worte tatsächlich von mehreren Leuten, die mich dann abends wiederum am Kuba-Liebostand abgegriffen haben Einige Haben alle gesagt, warum macht denn ihr hier keine Autogrammstunde? Und ich habe da ehrlich gesagt, vor dieser Nummer hätte ich ein bisschen Angst Unser Chris hat es ja auch schon angebracht Die Frage ist, sollen wir uns nächstes Jahr tatsächlich irgendwo bei Power Metal oder Deforever instand setzen Und wollt ihr Autogramme von uns haben und uns Küsis geben? Danach haben die kein Bier mehr Also es gab hier die Einladung vom Herrn Vogt zum Rindersnacken Es gab, wie gesagt, ungefähr, was ist das da in Flaschen? 40 bis 50 Kilo an Getränken, die hier irgendwie in der Gegend rumstehen Ich weiß nicht, ob mir schon, noch nicht mal, nachdem ich damals mit Benz aufgetreten bin oder so Das hat mir so oft auf die Schulter geklopft worden Ja, ist schon krass Von wegen geil Und jetzt im Anschluss war ich ja für zwei Shows mit Deserted 4 unterwegs So Nachhol-Relief-Shows Und in Jena habe ich damit gerechnet, dass mich ein paar Leute zutexten Okay, ich gebe es zu Der Fall ist eingetreten Aber dass dann auch in Cottbus Leute kommen Die dann wiederum fragen, wo ist denn der Tobias? Also auch so rum geht die Nummer Und dann sagen, jeden Freitag, jeden Freitag 13.30 Uhr Wo ich sage, Alter, krass Also da hast du schon so ein leicht verschmitztes Grinsen Macht sich da auf dem Gesicht breit, muss ich sagen Dann wurden mir tatsächlich auch diverse Freigetränke zum Mirch geliefert Also, vielen lieben Dank dafür Also wirklich, das ist ernsthaft Es soll auch hier nicht so ein klassisches Aber wir umarmen uns hier gegenseitig Und erzählen uns anbekommen Du hast mich vor dem Warnt Das stimmt Das mache ich aber aus niederträchtigen Gründen Das stimmt Es ist wirklich beeindruckend so Und cool Das ist viel, viel mehr Rückmeldung Als wir uns in irgendeiner Form auf die ganze Sache erwartet haben Und ja Ja, nun machen wir das dann Jetzt habe ich hier in irgendwelchen Nachberichten von Partisanen Unter meinem Namen schon YouTuber gesehen Mir wurden Fotos zugespielt vom Herrn Giersberg auf dem Summer Breeze Und wir dort Autogramme geben mussten auf dem Infield Ja, whatever So, jetzt auch mal ganz ehrlich Der entscheidende Teil bei der Geschichte Das, wofür wir drei Jahre lang im Prinzip gearbeitet haben Was ein viel auf und ab war Und auch eine schweißtreibende und auch nervenaufreibende Zeit Die Vorbereitung für das Partisanen 2022 Dann schlussendlich ein bisschen später Als wir uns das gedacht haben Aber jetzt so, danach Jungs, das war es echt wert Das war eine astreine Veranstaltung Und jetzt mal losgelöst von dem ganzen Organisatorischen Und den ganzen Bands, die gespielt haben Die Bühne, wie geil das aussah Und rumherum Das war echt euer Verdienst So, dass ihr uns die Stange gehalten habt Dass ihr aufgelaufen seid Und dass ihr echt elend viele wahnsinnig glückliche Gesichter Auf diesem Festivalgelände So, dass man das Gefühl hatte Dass von allen Seiten Das war einfach extremst zufrieden Kein Gemeckere, kein Genöle Es war zu warm Aber es hat keinen gestört Und alles war saumäßig cool Und das ist dann schlussendlich euer Ding Und dafür sind wir als stellvertretende Fürs Partisan extremst dankbar Und zufrieden Ja, also Ich kann den organisatorischen Teil Natürlich nicht ganz so hart ausklammern Der hat sich geistig eingebrannt Über die ein oder andere Minute Des Festivals Aber ja Das war schon auffällig Also ich sag mal Selbst so Ich sag mal Du konntest bei dem Festival Vor 2020 Du konntest ja Alles machen Was du wolltest Es gab immer Zumindest den einen Kritikpunkt Die Toilettensituation Da müssen mehr Dixis hin Und wenn da die beschissene Fünffache Menge an Dixis gestanden hätte Das wäre immer noch ein Kritikpunkt gewesen Selbst das Wurde dieses Jahr Von sämtlichen Leuten Den ich gefragt habe Hier Was ist denn mit Verbesserungsvorschlägen Oder hast du irgendwie hier Geschichten, an denen du was auszusetzen hast Blablabla Von allen positiv hervorgehoben Tiptop Toilettensituation Ey hier Spülklos 1A Und sowieso Cuba Libre super geil Und ich hatte nach 5 Minuten schon meinen Hut Und nach 6 Minuten war ich mit dem Gesicht im Dreck Und alle waren super happy Dass es stattgefunden hat Killer Lineup Endlich die ganzen Schnauzen wieder treffen Zeltplatzfeeling Blablabla Also es war Es war auch eine leichte Materialschlacht Am Getränk hatte ich mitunter So das Gefühl Dass da der eine oder andere Liter Wieder aufgeholt werden musste Da der über 2 Jahre auf der Strecke geblieben ist Das war in der Tat Also aus organisatorischer Sicht Diese Publikumsreaktion zu sehen Das war eine wahre Freude Muss ich mal so sagen Also es ist ja Der Herr Gorminister war ja dann der Allerschnellste Mit seinem PSOA After Movie Kannst du nicht sagen Der Junge ist fix Wenn er will Wenn er will ist er fix Das stimmt Das hat er ja irgendwie gleich 2 Tage nach dem Festival rausgeballert Und es ist im Endeffekt ja Ich glaube 70 Minuten 90 Minuten Ich weiß es nicht mehr Ich will jetzt nicht sagen Es ist einem dann schon fast peinlich Aber es ist eine krasse Lobhudelei Dass keiner was zu scheißen hatte Dass irgendwie alles perfekt war dieses Jahr Ich weiß nicht Ob das so vom Aushungerungsfaktor ist Oder ob wir uns tatsächlich über 2 Jahre lang Mal ein bisschen Gedanken gemacht haben Um an der einen oder anderen Schraube da Ein bisschen zu drehen Aber das ist schon fast zu viel des Lobes Da kann ich nicht mit umgehen Aber gut auf jeden Fall Wir danken auch den anderen Leuten Die noch Aftermovies gemacht haben Odin Grimbard Das haben wir auf jeden Fall gesehen Und ich habe mich sehr gefreut Die ich kennenlernen zu dürfen Und ich glaube die Jungs von Todgehör Todgehör hatte ich mir angeguckt Ja Adrian Und dann waren es eventuell noch ein, zwei andere Die ich dann so Leider Gottes wie das meine Art ist Nur zu lose verfolgt habe Aber so viel Zeit war auch noch nicht Das wird alles noch passieren Wir danken für die ganzen Aftermovies Und aus jeder Richtung Und ja, wir nehmen uns das auch zu Herzen Nach dem Festival ist vor dem Festival Und wir sind schon lange in der Planung für 2023 Schon weit vor des eigentlichen 22er Edition Aber ja, wir sind hochmotiviert wieder Also waren wir vorher auch, aber noch deutlich mehr Bist du hochmotiviert? Ich bin durchaus motiviert Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr Wirklich ernsthaft Und ja, der Ticket-Vorverkauf hat schon wieder begonnen Falls ihr es nicht mitbekommt Aber es macht vielleicht wenigstens Sinn Das Ganze hier, bevor es hier wie eine komplette Werbeveranstaltung wirkt Wir haben, und das war wirklich definitiv ein Schritt, den wir genauso wollten Wir haben, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Schritt zurück ist Aber wir haben versucht, zumindest in der ersten Edition In der sogenannten Early Bird Phase Diese limitierte Edition von 1666 Tickets zum Start Darauf zu achten, dass ihr die Möglichkeit habt Unter dem Ticketpreis des Vorjahres zu rechnen Weil wir wissen auch, das ist alles teurer geworden Und auch wenn wir versuchen, dahingehend immer sehr, sehr Konservativ zu rechnen Ja, und das Ganze auch nach außen zu geben Warum, wieso, weshalb Also wir machen eigentlich geplant jeden Schritt mit Erläuterung Und trotzdem wollten wir euch die Möglichkeit geben Zumindest ein bisschen den Ticketpreis zurückzustaffeln Denn zufolge gibt es die erste Edition für 115,70 Euro Und wer unbedingt sein Ticket jetzt schon haben möchte Hat die Möglichkeit, das demzufolge billiger zu bekommen Als es dann im Endeffekt sein wird In der Dead Bird Phase Die dann irgendwann eintreten wird Denn die ganze, die erste Edition ist limitiert auf 1666 Stück So, es war doch ein bisschen QVC jetzt Hm, also dafür, dass das jetzt keine Verkaufssendung sein sollte War das jetzt die krasseste Verkaufssendung, die du halt abgehalten hast Ja, gehört dazu, Neva Ansonsten muss ich retrospektiv Natürlich komme ich nicht umhin Noch mal kurz auf das Member einzugehen Die Idee ja nun so ein bisschen Als Leuchtreklame über dem ganzen Festival Prangerten Exklusive Deutschland Geschichte Festival Show dieses Jahr Als du sagtest, das ist ein absoluter Chaos Und die machen sich nicht viele Gedanken um Sachen, die man im Jahr 2022 vielleicht auf dem Schirm haben sollte Oder sowas, was irgendwie Bühnenpräsenz angeht Mit Titanis, Gesamtdarstellung Vorbereitung auf die Nummer, Kommunikation, Abwicklung Da hast du echt nicht zu viel versprochen Alter Schwede, ey Was für eine Truppe Also ich meine, am Ende war es cool Ich muss halt auch sagen, zum Zeitpunkt, als Dismember gespielt haben, habe ich mir eine leichte THC-Vergiftung erlaubt, um das in vollen Zügen genießen zu können Ich wünsche, sie wären noch halb so hart ausgefallen, denn das hat mich mitunter, hat mich das nicht nur abgeholt, sondern auch überholt, was sie da gemacht haben Es war die erste Show, die ich gesehen habe, von dieser Truppe, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Show war Das war eine gute Ich wollte gerade sagen, ich habe es 50-50 natürlich gehört, wie immer Aber um es mit den Worten von Janne Braun zu sagen, das war so eine Nummer Interessant Aber ich würde es mir nochmal geben Ja, bevor das hier Dismember war nie eine Mörder-Title-Live-Band Um das zu glauben, dass sich das großartig Ja, keine Kritik äußert Nein, 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 es ist gut Ich würde mir wünschen, vielleicht für die Zukunft, wenn sie denn das Ganze noch weiter Vielleicht nicht mit Override of the Overwatch voranzukommen Denn das ist halt genau so ein Ding, das muss Soundtechnisch auch In der ersten Sekunde sitzen Und es ist leider Gottes jetzt in den 2-3 Mal, die ich sie gesehen habe Immer mit schrecklichen Timing und Soundproblemen angefangen hat Und meistens ruft sich das ab dem zweiten Song ein Ist es natürlich bei dem, wo halt wirklich dieses Intro-Riff, die schon viel über Magie und Nicht-Magie entscheiden kann Ist ein bisschen haarig Aber es war ein supergeiler Gig mit, glaube ich, einer Lichtanlage Die die Benzo davon wahrscheinlich noch nie hatte Und von daher Einer der Also Ein absolut souveräner Headliner Gig Und ich muss dazu sagen, generell Die Headliner Fraktion dieses Jahr war meiner Meinung nach Bockstark Kargis war ein Killer Kargis war ein Lichtkiller Das hat mich überrascht Ja Und ich war vom Korps-Klampfen-Sound absolut an der Wand gedrückt Da ist, ich habe ein paar kritische Meinung dazu gelesen Warum sie mit so Schleifersongs anfangen Aber Scourge of Iron als mieser, fieser, schleppender Opener Finde ich absolut perfekt Romino Wir wollen jetzt hier keine Retrospektive aufs Partisan 2022 geben Sondern einfach nur Danke sagen Das war schlussendlich das, was wir wollten Für die Rückmeldung von eurer Seite Dass das Partisan so cool war, wie es war Liegt auch an euch Und wir machen weiter Wie gesagt, wir haben ja eh viel Alkohol zu trinken Demzufolge werden wir das tun Und als Lukas, gell? Lukas heißt da Steinmetz? Ja Alter, du bist ein Typ Ja, Lukas ist irgendwas rausgerissen, Alter Du bist echt irre Und das sage ich so positiv, wie ich das nur sagen kann Wenn wir geplant die Sendung gemacht hätten Lieber Jungen Also ich bring für die nächste Sendung mal diesen Stein Den du hier für uns oder für mich mitgebracht hast Mit dem ich dich ärgern soll, glaube ich Ist ja gelungen Wahnsinn Also für euch da draußen, die den Lukas vielleicht noch nicht kennen Irgendwann werde ich ihn bestimmt mal kennenlernen Der Typ ist ein Steinmetz und hat in den letzten zwei Editionen des Partisans Seine Favoritenbands immer mit besondersten Steinfiguren quasi beschenkt und ihn gehuldigt und was für uns ist es ja so, dass wir dazu fähig nicht sind Uns fehlt es da an vielerlei Ecken Aber zu sehen, was jemand aus einem Stein machen kann, ist Wahnsinn Also ein bisschen mit Zement rummatschen kann ich auch Ja, aber das sieht scheiße aus, wenn es fertig ist Das, was der gute Typ da macht, das ist absolut sensationell Also ganz ehrlich, wir wissen es Ich finde bestimmt irgendwo das Foto und kann hier im Nachgang mal ein paar Bilder einblenden Ist ja auch Werbung für dich, mein Sohn Ist auch, glaube ich, noch relativ jung gewesen Aber ein Körper dran, dass dem die Mädels auf dem Infilt nicht hinterher geschwärmt sind Es ist mir ein Rätsel, aber es war schon nicht schlecht, als er seinen Kofferraum aufgemacht hat Und Zauber da, ich glaube irgendwie fünf, sechs, so eine Büsten mit unter zweiteilig und innen drin beleuchtet Und irgendwas, und keiner hat irgendwie unter zehn Kilo geworfen Daraus, da habe ich in der Tat nicht schlecht geguckt Also wirklich, Wahnsinn So, halten wir es kurz Wir müssen uns auf eine kommende Saison mit Freitags Genöle von unsererseits vorbereiten So wie wir das immer machen Und auch Sinn ist es, kill your idols Bier alle Von daher War lecker Ja Also am Anfang war es mir ein bisschen zu dünn Jetzt am Ende kannst du sagen, da könntest du noch so einen kleinen Kasten trinken Vielleicht war bei dir das dicke Unten Das dicke Ende kommt zum Schluss So, vielen Dank Und jetzt ist genug mit Lobhudeleien Bleibt anständig, esst euer Gemüse Meckern mal wieder Chris Browns hat bestimmt noch irgendwas in der Fahne, auf der Fahne Bis bald